Moin und herzlich willkommen in der Beist-Wartee-Command-One-Hoop. Mehr Spieler gegen Juteman und was werden die Strats jetzt zerlegt haben und warum fangen wir hier drüben an, das gefällt mir nicht. Ach, die Panzerzüge. Das habe ich vermisst, die zu sehen. Die habe ich eigentlich noch evakuieren gehabt. Naja, was soll's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lief jetzt nicht schön mit den Flugzeugen. Tunesien ist bald dabei. Wie schön. So, die schweren Panzer. Ein Schwung Chor und ihr habt immerhin auch einen Schwung Verstärkung. Nebenwissen, was haben wir eigentlich hier unten geschnappt? Meine Speziale nachher geschnappt. Gut, der wird davon kommen, leider. Aber vielleicht kannst du doch mal im Hafen parken. Schön, dass der die ganze Zeit auf der falschen Seite stand. Ähm, ja. Sogar ein 2 zu 1 auf den. Das ist fast nicht verkehrt klingt. Haken ist der hier hinten. Also, der braucht dringend seine Upgrades, wenn du schon mal auf dem Feld bist. Das Akku müsste eigentlich eher wegrennen. Auch die anderen Einheiten. Weißt du was? Du kommst da auch erstmal und wirst da oben geheilt. Mit der Zug hierhin. Also, nur dekorativ versteht sich nicht, dass er wirklich noch was anstellt. 2 zu 1. Aber du brauchst allerdings auch alle Punkte defensiv. Wenn der Zug da, da geht er drauf. Oder du tauschst dich mit dem. Der geht auch drauf, aber dann lebt der Zug vielleicht besser. Ja, wer kriegt die Verstärkung? Das ist eine gute Frage. Er hat sich jetzt auch Verstärkung rangepfiffen, aber der hat schlechte Werte. Aber kommen wir zu dem irgendwie durchgebrochen? Ich glaube ja nicht. Und jetzt schon den neuen Schwer, den habe ich im Sumpf aufgestellt. Ja, das sind dann so die Kleinigkeiten und Großigkeiten. Wie man ein bisschen spät bemerkt. Und vor dem würde ich mich eher zurückziehen. Dafür haben die Sowjets einfach in letzter Zeit zu viel abbekommen. Jetzt, dass man den bekämpfen könnte. Der Weg müsste halt frei sein. Ja, und bei solchen Angriffen. Wir haben ja auch im Sumpf, äh... Ihr könntet der Armee noch, falls ihr die kriegt. Malz doch wieder versorgt, aber immerhin habt ihr sie noch ausgeschlagen. Trotzdem würde ich sagen, ihr richtet euch hier langsam mal eher auf Rückzug ein. Wenn den Panzer dazu widerstehen, ich weiß nicht. Jetzt steht der im Sumpf, aber es ist nur einer. Der hier vorne geht dann auch mal lieber vorsichtig zurück. Müssen wir eigentlich heilen, aber gleichzeitig auch aus dem Sumpf rauskriegen. Na ja, wenn du da jetzt reingehst, kommst du halt nicht mehr so wahnsinnig zurück. Ihr geht hier halt noch ein bisschen zur Seite. Nicht mal das Chorgerät hier noch zerlegt. Ja gut, stellt euch so auf und, äh, wir brauchen hier halt überall Verstärkung. Hier auch. Vielleicht hinter den Ort bewegen. Oder doch schon an den nächsten Rand, falls der angegangen werden soll. Vielleicht kann der Pio hier dann auch mal raus, ähm, und das mit hier irgendetwas bauen. Können da nochmal ein richtiger Verteidiger rein. Ein bisschen Unterstützung. Ein paar Truppen hier und da und dann hoffen, dass die das noch irgendwie gehalten kriegen. Den bei den Sowjets, was da alles draufgegangen ist, ähm, nicht schön. Ja, gerne die Panzer bauen, aber ich glaube, wir brauchen erstmal wieder ein paar Meen und ein bisschen Wandstärke. Ne, hier rum wenig los. Du holst zumindest den Ort mal zurück, dass wir ihn einfach haben. Ne, hat hier jetzt auch nicht viel zu tun. Gut, äh, der kleine Haken ist natürlich, ihm fehlt, glaube ich, nur noch London zum Gewinn. Da müsste man aufpassen. Du marschierst da lang. Könntest hier einfach noch ein bisschen, okay, das gibt nicht mal MPP, aber für die Optik noch lang laufen. Das Landungsboot gibt es leider nicht mehr. Okay, meines Vier hofft auf Null Versorgung und jetzt kommt es drauf an, wie es dahinter so aussieht. Geht ein Feld, um da richtig vernünftig hinterzuspringen. Und wie ist es da oben? Ihr habt hier noch britische, oder? Ja. Und diesen Flugschneise bräuchten wir noch, selbst wenn man nur aufklärt. Autsch. Einer seiner schweren Panzer, großartig. Und der ist leider auch in seiner Befestigung im Hügel. Braucht man, nein, nicht groß gucken. Gegen den wird man nicht viel erreichen. Jetzt kann man hier natürlich auch nur schwerlich hinspringen. Wenn da jetzt irgendwie in jedem Ort einer drinstehen muss. Ist doch lästig. Können auch alle versorgt sein. Also wenigstens eine 5 haben. Ich hatte gehofft, dass es etwas weniger unschön hier vorne aussieht. Wisst ihr auch, dass es hier oben unschön aussieht. Wenn da anfängt, die Jäger abzuschießen. Ja gut, die schweren Panzer, die kamen rein. Das endlose Problem mit den Unterstellungen ist natürlich auch noch nicht gelöst. Und das neue US-AQ jetzt erstmal auf dem Weg ist. Sag mal, der steht gar nicht an der Flagg dran, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Offenes Territorium. Heute ist halbwegs Bereitschaft. Und den kümmert es nicht. Und falls wir den gleich wieder weggepumpt bekommen, das wäre ein Anfang. Eigentlich müssten wir hier einfach stärker rein und die irgendwie zerschlagen. Es fehlt ein Feld, um da irgendwie noch einen schönen heranzukommen. Wenn ich hier gut müsste, man dann halt versuchen, diese Linie zu überwinden. Und dann die HQ-Zone zu kommen. Das müsste ja wohl... Hier seid ihr auch nicht ganz optimal versorgt. 2. Ihr braucht da 3, wegen Kontrollzone. 2, 3, hier, 5. Ohne Kontrollzone ginge das hier, aber dieser schwere Panzer da hinten macht mir echt Sorgen. Was ist denn das übliche Feld nicht ran? Was hat der denn für eine fiese Luftabwehr? Das ist der das anscheinend sogar nicht kümmert, dass er unter Beschuss steht. Sehr gut, bevor wir jetzt unnötig da hingehen, sollten wir wahrscheinlich erst mal das hier erobern und dann weitersehen. Dazu noch heranfahren und gucken. Warum habt ihr nicht hier? Och man, warum ist der nicht... Weil das mit dem Doppel-HQ nicht geklappt hat, wer hätte damit gerechnet? Den habt ihr zwar von... Doch, nein. Jetzt kann er wieder den ganzen Zug kaputt machen. Jetzt supportet der den. Dabei er hätte doch 8, 7, 6, 5, 4, 3, oder habe ich mich da verzählt? Aber ich meine, es war... Jetzt ist mal angezeigt, dass es doch eigentlich klappt, oder... Doppel-HQs sind zwar praktisch, aber auch wahnsinnig nervig. Das heißt, ihr könnt nicht viel mehr machen als Vorfahren. Das ist ja hier oben. Oha, und also... Die Maus macht das Ganze kaputt. Und die gute Nachricht, man hat es eben gesehen, die Orte steigen so weit, dass der nächstes Mal sogar... Also da eine 10 raushaut. Und dass das Landungsboot einfach kaputt ist. Und das andere... Und dass das HQ jetzt ist. Und jetzt das Doppel-HQ. Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Kram zusammen, der unschön ist. Den fehlt ein Feld, um da hinten ran zu gehen. Irgendwas ist immer... Wir könnten natürlich trotzdem mit den Funnies einfach da hinspringen. Und die Hau ausschalten. Vielleicht doch wieder die Eisenbahn weg, aber kriegen die Funnies den weg? Mal, die man so gebrauchen kann. Ein bisschen ambitioniert wäre schon, da jetzt einfach rein zu hopsen und zu hoffen, dass ihr den Flieger kriegt. Wenn sie ihn kriegen würden. Die Eisenbahn hier erstmal wieder vielfach blockiert. Okay, man müsste den nochmal einmal gegen die Flak treffen. Was sicherlich Spaß macht, aber dann hätte man den... Man könnte da dann auch einfach rauffliegen. Müssen wir noch wissen, wie es dahinter aussieht, aber da ist irgendwann die Flugkapazität nicht mehr gegeben. Ich weiß, hier braucht es erstmal eben einen Punkt, wo man ansetzen kann. Zum Beispiel bei dem. Sehr schön, dann könnte man die Artelage hier reintauschen, wenn der Fadi weg ist. Die Frage ist, wo springt der Fadi hin? Macht er wirklich hier so einen... ...undschöne Sache? Dann gehen Flugzeuge... Ja, ein Angriff von 8, also es könnte durchaus reichen. Falls du die anderen dazu nehmst, dann wärt ihr da. Dann müssten die anderen halt hier vorpreschen. Damit die euch da wiederholen können. Zwei. Etwas mehr hätte ich eigentlich jetzt schon erwartet. Ja, der ist heftig in einem Ort. Vielleicht habe ich den Falli etwas überschätzt, muss ich wohl zugeben. So, dann kannst du aber hier ran. Ich hoffe nicht da irgendwie reinwühlen. Wir brauchen eigentlich die Straße, um hier halbwegs rumzukommen. Natürlich alle nicht so wunderbar hier entlang. Und ja, gut, da angreifen gegen die Flagge. Das ergibt auch keinen großen Sinn, wie man relativ schnell an den Zahlen sieht. Gut gesagt, nicht an die Spezialeinheit, weil irgendwas mit der Versorgung nicht gestimmt hat. Um euch anfliegen zu lassen, bringt es auf jeden Fall. Die habe ich jetzt ein bisschen weggeschenkt. Ich weiß dann, es kommen blöde Sachen zusammen. Man macht dann auch noch blöde Sachen und es wird nicht besser. Natürlich noch hier hinter springen. Auch nicht endlos viel nutzen wird. Ich würde sagen, die Panzer müssen erstmal weiter versuchen, die Vordertür einzurammen und dann... Mal gucken. Sorgen wird dann natürlich sehr schlecht sein, wenn man da stehen bliebe. Und der Zehner von hier, das dauert leider alles noch mit den Orten. Ich habe mir ein bisschen Hoffnung gemacht, dass der Zug etwas spektakulärer wird, aber jetzt geht es nur minimal vorwärts. Hier, da soll noch was ankommen, immerhin. Aber ihr kommt da nicht auf. Das wäre eigentlich doch jetzt mal was für ein Bomber. So, dann könnte es... also einer von euch da zum Beispiel mal die Flak ausschalten. Stünde da immer noch auf einem Hügel, wenn die böse Maus vorbeikommt. Kriegt leider noch zwei Schaden rein. Jetzt näher anzufahren ist halt... heikel. Wenn der kommt und wenn der runter kommt. Dann bei euch schon die Frage... Man könnte die einkesseln, aber der holt ja problemlos wieder raus. Und sowieso die Frage, wie das Versorgungsthing laufen soll. Das 3 schon kommen. Du kannst nicht mal mit der Armee durchtauschen, die können eh nicht viel machen. Sieht doch schon mal solide aus an der Stelle. Ist ja auch in dem Ort dran, dann regeneriert er nicht mehr. Dann sitzt die da schon fest. Also man könnte natürlich hier noch ran springen. Kriegt man irgendwie auch Landverbindungen. Aber das sieht heikel aus. Kontrollzonen kämen wir da hinten ran. Aber der Hackness, die haben ja alle hier ihre Kontrollzonen. Deswegen die hier auch nichts machen können. Ja, ich hatte gehofft der Fall, die würde mehr erreichen. Dann lieber Strath musst du wohl ran. Glaub ich gut, die springen zwar demnächst wieder auf 4 und sind dann bald voll. Aber erstmal noch nicht so, dass die Eisenbahn das hier drin alles auf 5 fällt für den Anfang. Und danach machen die Straths dann auch erstmal wieder Pause. Oh, du vermeidest den Schaden, sehr schön. Da ist auch noch eine Kuh oben dran. Ihr könnt ihr zumindest vorfahren. Natürlich der Haken, offenes Gelände, dann kommt der schnell runter und macht euch platt. Na ihr, da lohnt es sich vielleicht eher euch zu heilen. Und lieber demnächst springen zu lassen. Jetzt noch irgendein Ziel. Der ist jetzt schon, da müssen wir auch von der Versorgung her gucken. Darf ja nicht 4 drauf gehen. Also wir können den Briten gut verlegen, bringt es nicht. Du kriegst die eine 10 nächstes Mal. Was ganz nett ist, aber du könntest auch genauso gut eine 8 kriegen und einfach näher an der Front stehen. Das ist auch ein Angriff, aber ehrlich gesagt wird dabei eh nix rum kommen. Ja gut, wir können den noch weiter demotivieren. Schaden kriegt er allerdings nicht. Also du gehst da an, von da hast du auch eine 8. So, dann geht der Brite soweit es geht nach vorne. Aber ne, dann macht ihr das Doppel-Hakku wieder irrsinnig falsch. Und der Brite höchstens in den Ort. Ja, wir brauchen jetzt eigentlich... Okay, oder der Kanadier geht da hin. Von da auch eine 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wenn... Also 7, 6, 5, 4, 3, 2... Könnte der Brite hier hin. Und der Amerikaner hier ein Stück runter. Also die Einheiten stehen müsste er schon hier hin. Und jetzt... Ja, wie immer. Machen die irgendeinen Käse. Mit Doppel-Hakku ist es immer der gleiche Kram. Dann haltet euch jetzt noch, solange es geht. Weil nämlich wird es nicht mehr gehen. Und dann fahrt hier vor. Das fehlt mir. Wie gesagt, es ist halt Heike. Weil der kommt nur runter. Aber ja, komm. Ah, da hinten. Könnte es sein. Ich meine, wir könnten die noch treffen. Dann gehst du auch erstmal wieder in die zweite Reihe. Seid unangenehm für den. Kannst du noch deinen Upgrade kriegen. Ihr könnt hier noch technisch vorwärts. Merkt aber einfach, wie dringend hier... Also, äh... Wird nicht auf den Berg. noch ein US-Hakku sehr dringend wäre. Wenn das mit den Doppel-Hakkus mal vernünftig kriegen könntet... Naja. Wann bist du eigentlich? August. Die britischen Flak kamen alle im nächsten Zug. Stimmt's? Genau die Dinger, die man jetzt gebraucht hätte... Nein, sie brauchen noch zwei Züge. Bei so viel feindlicher Flugzeugfeuerkraft... Kann ich vielleicht mal ein bisschen nach hinten verziehen. Na, so wie die Jäger, die noch neben. Bleibt schön brav am Boden. Ich würde sagen, die Pack könnte zwar in den Einsatz, aber das soll hier nicht so alles hundertprozentig herstehen. Dann kommst du noch da hin. Dann noch hin. Denn die Nähe kann auch erstmal noch einer. Und hoffentlich kommt bald britische Verstärkung. Weil wir könnten dich noch wegschicken. Erstmal vielleicht auch hier drüben wieder hin. Du hältst dich noch und hast Versorgung. Und ihr halte das vielleicht auch noch durch. Hoffe ich. Dann bleibt die erstmal da. So. Noch ein... Ah ja, das brasilianische Chor. Du könntest hier noch mitkommen. Und noch ein US-Core. Da sind die Panzer. Hier kommt das Saku. Kann mal los und in Ruhe draußen. Und noch mehr Chor. Gut. Teil an Land. Ja, das ist jetzt etwas unspektakulär. Die haben zumindest nicht gerade viel Versorgung hier drüben. Aber... Zahn sind auch nicht gerade. Hier steht zumindest alle auf einer... Also die nicht... An der Stelle nochmal die Doppel-Hakus. An der Stelle ein britisches Akku fehlt auch irgendwie. Äh... Ja, so. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass die schweren Panzer bald da sind. Und irgendeine Form von Verstärkung. Machen diese Flieger natürlich wieder. Irgendwie hat schon noch ein Hauptquartier. Und gerne irgendwas, was man noch auf die Insel dazustellen kann als Verstärkung. In die USA können gleich noch ein Hakku kaufen. Die haben langsam hier eh alles durch. Chor dazuliegen. Franzosen sind noch nicht so ganz ernst zu nehmen. Sorge jetzt... Gut, man könnte noch eine Kanison auf die Liste setzen. Wenn der irgendwie Zeug zusammenkratzt und dann mal sehen. Mindestens hat noch einer sein Upgrade. Aber die dürfen schon wieder geheilt werden. Aber wenn ihr euch mal hier durchfühlt, trefft ihr euch noch ein bisschen mit den Armeen, die hier die ganze Zeit auch schon entlang arbeiten. Dann können wir das vielleicht später... Also gut, die Fall ist... Also man könnte halt noch reinspringen. Die einen Käse... Ich meine... Dann kommt die Maus und wird irgendwen umhauen. Ohne halt... So... Versorgung. Um die vorübergehend zu treffen... Also ne, es ist schon ein Fall die weniger. Ich weiß, es war ein blöder Zug und schöne Aktionen. Lief nicht. Ich höre einfach mal, dass es demnächst wieder besser wird. Ich höre einfach mal, dass es demnächst wieder besser wird. Saku könnte ja bald da sein. Aber zumindest gewinnt die Orte ja jetzt auch an Stärke. Wir kriegen noch Tunesien. Nee... Wenn die etwas näher dran sind, dann könnt ihr auch die Italienern hier so richtig reinspringen. Na gut... Äh... So aus, als ob wir den Zug erstmal beenden können. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel schief geht. Soweit. Dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei DUDE mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn! Bis denn! Bis denn!